Sieben Spiele, nur ein Sieg. Platz 16. Die neue Klubsaison beginnt so holprig, wie die letzte endete. Auch gegen Düsseldorf reicht eine Führung nicht zum wichtigen Dreier. Die erste Halbzeit hat es ordentlich gepasst. Wir gehen durch den Freischuss da und den Elfmeter in Führung. Das spielte uns schon in die Karten rein zu dem Zeitpunkt. Haben dann aber eine Phase gehabt, wo wir nicht mehr so aktiv nach vorn verteidigt haben, wo wir etwas passiv geworden sind und zweite Bälle nicht bekommen haben. Einer von dieser Situation führt dann dazu, dass Düsseldorf das Tor macht. Der FCN ist im Keller angekommen. Nur St. Pauli und Würzburg sind schlechter. Robert Claus sieht aber auch positive Ansätze. Das war ein stabiles Spiel von uns, kein Ausreißer nach oben. Nach dem Rückschlag letzte Woche in Braunschweig war das wichtig, dass wir wieder Stabilität reinbekommen. Einige Dinge waren gut, waren in die richtige Richtung. Andere Dinge waren noch nicht gut. Die müssen wir besser machen, die haben wir auch schon besser gemacht. Deswegen würde ich das Ganze sehr neutral bewerten. Die Länderspielpause kommt gerade recht. Zwei Wochen hat der Klub Zeit, wieder in die Spur zu finden. Ganz anders die Stimmung beim Kleeblatt. Die Leitl 11 eilt von Sieg zu Sieg. In Bochum holen die Fürther den dritten Dreier in Folge. Der Lohn ein Platz unter den Top 3. Ich würde lügen, wenn es uns nicht glücklich machen würde. Es ist natürlich wunderbar. Es sieht gut aus. Es ist unheimlich wichtig, in der jetzigen Situation so viel zu punkten, wie es geht. Und das gelingt uns aktuell sehr gut. Und ich stelle trotzdem über das Ergebnis immer die Leistung meiner Mannschaft. Und die ist durch die Saisonweg einfach gut bisher. Trotz Länderspielpause ausgeruht wird an der Kronacher Hart nicht. Wir haben jetzt bis Weihnachten zwar noch einen Regelspielbetrieb. Wir haben nur mit einer englischen Woche. Oder mit zwei, mit Pokalspielen natürlich. Aber dann im neuen Jahr geht es natürlich Schlag auf Schlag. Und wir müssen schon Substanz aufbauen, um gut durch diese Wochen zu kommen. Es bleibt die Momentaufnahme. Das Kleeblatt steht für mindestens zwölf Tage auf Platz drei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.